Willkommen zurück bei Fallout 4, keine Ahnung. Ja, ich glaub schon. Hi! Minuteman? Minuteman? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also hab ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles viel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Mein eigener Problem. Erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghoule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ghoule? Ghoule? Was sind Ghoule? Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghoule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus im kleben Land. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Wird das reichen? Sag es mir... ...taug doch. Hoffentlich eine gute. Stört es. Trag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Halt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T45 Power Rüstung. Okay. Power Rüstung. Das ist ein heftiger Schutz. Oh, es wird noch besser. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Minigun? Das ist eine Selbstmordmission. Also Neuling, keine Ahnung aus welcher Höhle du kommst, ist mir egal. Aber wenn du die Spinnenweben nicht abschüttelst und das Kordit schnupperst, sind wir tot. Okay, es sieht so aus. Der Anzug hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Lösung? Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standardfusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Aber wir kommen nicht an das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Auf jeden Fall. Ja. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal holt. Schnell den Kern in die Power-Rüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück! Abgeschlossen. Entriegel-Sicherheits-Tor. Rechen. Hey Sturges. Hi. Nicht. Hallo. Hallo. Hey. Hey. Dogmeet hat Hilfe für uns gefunden. Sieh mal einer an. Dogmeet. Marci Long. Hallo. Marci. Hey. Wir brauchen Hilfe und kriegen einen Vault-Bewohner. Was willst du in diesem dummen Anzug tun? Verbluten? Ha ha ha. Na. Mister. Ja. Nehmen. Lass dir Zeit, King. Vorsichtig. Hackenschank. Es kommt was und es ist wütend. Okay Oma. Du bist nicht ganz richtig im Kopf, oder? Sicherheitstür entriegeln. Irgendwo im Keller. Mal runter mit uns. Hopp. Ah hier. Hab keine Haar-Klammern. Keine Haar-Klammern. So. Na gut. Dann hacken wir das Ding mal. La la la. Häh. Bob Bob Bob. Hm. Hm. So. Hacken. Drücke A um sie zu ändern. Häh. Limit. L. L. S. Ein wirkliches Passwort. So. Mal gucken wir mal. Treffer 0. Yes. Nein. Treffer 1. Wegfried. Wer ist der für eins? Für was könnte es jetzt sein? Ok. Worte gesperrt. Na toll. 10 Sekunden. So. Willkommen. Hm. Allee. Los. Ok. Hopp. Ja. Oh. Zuerst. Zuerst zu entriegeln. So. Was denn? Prusionskern. Hey. Gott. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Oh. Nicht runterfallen. Lucacola. Springwasser. Puffrot. So. Mhm. 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 Kommen wir jetzt ganz hoch. Hier irgendwo eine Treppe. Ja. Mh. Mh. So. Da. 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 Hier waren die vorhin. Oh lala. Und. Oh lala. Worauf wartest du noch? Auf was? Reden? Hey. Sturges ist zwar groß. Aber kein guter Kämpfer. Ja. Das musst du übernehmen. Jederzeit neuer. Sturges. Hi. Okay. Oma. Mama Murphy. Wen hat Darkmeet uns denn da gebracht? Ach Gott. Wie hörst du zum Rettungsteam? Ist doch verwirrt. Was für ein Rettungsteam? Leute. Ich schlau aufs Dach. La da da. Kommen wir los. Lala. 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 Mh. Mh. So. Museum. Was gibt's hier? Hub. Lebeband. Klasse haben wir. Steck alles ein. So. Boing. Eingabe. Eingabe. Schnapp dir die Minigun. Au. Ich bin mächtig. Minigun. Aap. Aap. Mh. 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 Ich kann ihn! Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh.